Also, dass du dich da überhaupt traust, in die Richtung irgendwie gegen mich zu schießen. Ich glaube, das waren ganz klare und deutliche Bilder. Ich habe auch leichte Gänsehaut vor Fremdscham, muss ich sagen. Was enttäuscht dich denn am meisten? Ich kann dir gar nicht sagen, was mich am meisten enttäuscht. Mich enttäuscht eigentlich fast alles. Zum Beispiel die Sache mit Jogo und ... Aber ich mache sowas doch nicht einfach so. Das hat ja auch einen Grund gehabt, warum ich das alles getan habe. Weil ich halt auch von dir Sachen gesehen habe, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Ja, okay. Ja, ich bin halt krasser drauf als er. Und wenn er mir den Schlag ins Gesicht gegeben hat mit seinen Bildern, dann schlage ich halt dreimal härter zurück. So bin ich, so kennt er mich auch. Ich sehe ein, dass ich halt da Fehler gemacht habe. Aber es ist auch nichts, wo ich sagen würde, okay, das war Fremdgehen jetzt bis auf den Kurs. Aber das war jetzt auch nichts Besonderes. Lassen wir mal so stehen. Ich habe von Anfang an gesagt, ich habe gar kein Problem damit, wenn du irgendwie mit nackten Brüsten in den Pool springst. So kenne ich dich, das ist völlig in Ordnung. Aber sobald es dann um so intime, wirklich intime Momente geht, ist dann auch einfach bei mir Feierabend. Ja, aber das ... Warte mal. Ja, okay, dann hast du mir das jetzt gesagt. Ich wusste nicht, dass du das so schlimm finden wirst. Dann weiß ich das jetzt und dann passiert das halt nicht nochmal. Ja, eben. Also bei mir passiert es nicht nochmal, nein. Oder was sind denn für dich jetzt die Konsequenzen? Ich denke, die Konsequenzen sind klar für mich. Und ich gehe auch davon aus, dass Emi auch mit den Konsequenzen zufrieden ist. Das sind Sachen, die will man nicht sehen. Dementsprechend müsste eigentlich klar sein, dass ich in diesem Fall jetzt und heute die Wege trenne. Aber das hätte dir auch klar sein müssen? Nein, eigentlich nicht. Ich hätte schon gedacht, dass du halt sagst, ja mein Gott, man ist halt vielleicht noch irgendwie am Anfang der Beziehung. Ja klar, dann sagt man mal mein Gott. Ja natürlich. Bei solchen Bildern sagt man einfach mal mein Gott. Also das ist ja Blödsinn, oder? Das ist ja absoluter Schwachsinn gerade. Ihr zwei, ich glaube uns allen ist klar, der Beziehungstest, der ist gescheitert. Und damit ist Temptation Island VIP für euch beide jetzt vorbei. Wunderbar. Mit uns geht es erstmal nicht mehr weiter. Bei uns trennen sich jetzt die Wege. Ich setze mich gleich in meinen Bus, fahre in mein Hotel und bin dann froh, wenn ich morgen früh im Flieger sitze und dann für ein paar Tage zu Hause bin. Ich bin schon ein bisschen sprachlos, weil bin ich überhaupt nicht gewohnt, so eine Situation, so eine Abweisung. Hätte ich nicht gedacht, das ist wirklich peinlich für mich. Na, ist die Stimmung aufgeheißt und ihr habt noch nicht genug? Hier geht es zur ganzen Folge, hier geht es zu weiteren Videos und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert uns. Bis zum nächsten Mal.